Heute gehen wir zum Pelikanenfütterung. Da geht ja auch mein Freund hin und gestern habe ich mit ihm gesprochen. Ja, heute haben wir ganz früh morgens so eine Pelikanenfütterung. Und ich sehe da stehen schon zwei Pelikaner. Ich 어�tere das und schreibe ich gerne zu dir. So auch meine Eltern sind, ich sehe das vor, ich sehe es nicht so. Ich möchte mich, damit sie zu Hause halten. Ich nehme den 30.50. Ich nehme den 30.50 bis 20.50. Ich nehme den 30.50. 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 Ich nehme den 31.50. Wie der sitzt, guck mal, wie der sitzt hier. Ich kriege den Schnabel an den Sack. 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 So, 10 Kilo per day per bird. Beata, 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 beata... Beata, 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 beata... Beata! 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 It's where our Southerner species of pelicans will... Oh, no! The sun has one? The sun has one? Untertitelung des ZDF, 2020